Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mario Tennis Auf jeden Fall machen wir jetzt die ganzen Ringshots Ich weiß nicht, ob wir das in einem Part schaffen könnten Ich glaub, ich hab keine Ahnung was da steht Scheißegal Wir machen auf jeden Fall Ringshots 30 Was auch immer das bedeuten mag Was bedeutet das jetzt? Muss ich 30 schaffen oder? Ich glaub schon oder? Ich glaub wir müssen das einfach schaffen Spiel gescheit Bruder Spiel gescheit Komm genau Boys Tested Wie bist du schlecht? Komm Ein Match glaube ich Wir müssen 30 Ringe schaffen Wir haben bis jetzt 12 Äh Nochmal Wie wenn er so scheiße spielt Wie sollst du dann Dann nochmal Wie willst du denn da Punkte sammeln? Wie soll denn das gehen? Ey scheiße der Typ Der ist richtig scheiße der Typ So Mach Lass ihn jetzt so schnell schießen Ne? Bitte Bruder Bitte spiel gescheit Okay? Ja so spielt er gescheit Und lass ihn zu drauf Drauf hauen Lass ihn zu schnell drauf hauen Muss das eigentlich passen? So 22 Ringe haben wir schon So perfekt Glaub ich muss dann gewinnen So spielt man ey Wir haben 30 Ringe Verdammte Scheiße Bam alter So verpiss dich Bam alter 35 Ringe ey 40 Ringe haben wir Wir haben's geschafft Brudis Okay Das war die erste Challenge Oder? Ah Jetzt geht's weiter erst Alles klar Jetzt verstehe ich's Jetzt wird's erstmal 50 So weiter geht's Das wird denke ich mal schwieriger Okay 40 50 Muss man jetzt schaffen Das ist cool Auf jeden Fall geil Okay Ja jetzt kickt Das kickt mal nicht locker hin Wenn wir das gescheit machen Komm geh nach links Geh nach rechts Mann So Bruder Komm geh nach rechts Mann Hab ich gesagt Ich schick das nicht hin Wie sollen es sonst gehen Ja genau jetzt perfekt Das hast du's hinbekommen Brudis So 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 geht man mit Frauen um Oh 18 Ringe Das ist Eigentlich stark Kann man nix eigentlich Nix dagegen sagen So Ihr müsst einfach Unbedingt langsam spielen Also richtig Schwach spielen Einfach ganz normal Einfach gelassen B drücken denke ich mal Dann kriegt man das eigentlich hin Diese Ringe zu überqueren So komm Brudis So schön machst du das Schön meine Dame 15 Ringe 16 17 Ne 18 sogar So 20 jetzt schon Hashtag YOLO So wir haben's geschafft Brudis Wir haben's geschafft Oder Oder bin ich schlechte Mathe Ich bin ziemlich schlechte Mathe Muss ich einfach so zugeben Ja wir haben 34 Es geht immer noch weiter Also wir haben's geschafft Geschafft Brudis Auf jeden Fall 45 47 Es hört einfach nicht auf Deswegen Beende ich das Spiel jetzt Verdammte 68 Complete So schwer ist es eigentlich gar nicht Da geht's weiter mit 70 Mit Paracupa Alles klar Das macht richtig Spaß eigentlich Muss ich einfach zugeben Oh nein Ich hab Ich hab grad mein Steuerkreuz Mit dem ganz normalen Gamepad Verwechselt Oder mit dem Steuerkreuz Mit diesem Cursor Deswegen hätte ich jetzt fast Verloren So 70 Ist schon eine schwierigere Zahl Muss man einfach zugeben Ist einfach so Und er ist auch noch trickreich Also der spielt auch trick Trickreich Dieser 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 jemand Boah ich hör auf Zu Ich werd auf jeden Fall Boah Junge Bist du schlecht ey Der macht das extra ne Dieser Wichser So ein Wichser der Kerl Boah ich hasse diese Typen So komm bitte mach Bruder Das geht doch auch nicht Scheiße man Ich will nicht gewinnen Okay gut So 14 15 Ist mir egal Ich kann ja eigentlich auch extra verlieren Oder Ich glaube ich kann auch extra verlieren Zähne das als Punkt Ich weiß es nicht Würde es als Punkt zählen Da würde ich ja extra jetzt oft verlieren Einfach aus dem Grund Weil es dann stabil wäre Hm Auch nicht so ne schlechte Taktik Wenn es gehen würde Also ich weiß jetzt nicht ob das geht So Äh 20 21 Ringe Ich weiß nicht wie viele wir jetzt zur Zeit haben Ich denke mal nicht zu viele Und wir haben 53 Scheiße game over Ja kannste nochmal machen Start over Das ist schon ein bisschen schwieriger gemacht hier Muss man einfach so zagen Einfach so zagen Ja das muss man einfach so sagen Ja schön 10 11 Ringe Ne 10 nur So Wieso schmettert der Dunk hier Dieser fette Dieser fette Nazi Bitte nicht so schnell Ich mach nicht so schnell Bruder Dass der auch diese Ringe trifft So bitte nicht draufhauen Alter Bist du denn bescheuert So schön Durch diese Ringe Geh Geh doch da hin man Ich brauche noch 50 Stück Das ist genug So ganz halt mit diesem B zu spielen Das ist sehr schlau Boah Hätte mich fast ausgenockt Okay cool Okay Weiter geht's Das sind noch Das sind S8 Ringe Die wir Durchquert haben Das ist nicht viel So komm Bruder Kriegst du es hin Boah ich liebe dich Parakupa Nicht Du spielst scheiße man Hauf mit der scheiße Ich baue noch Wie viele 34 Oh Gott das kriegt man nie hin Ich denke nicht Dass wir es hinkriegen Aber wir könnten es hinkriegen Der kriegt es aber nicht hin Dieser dumme Vollidiot So ein Lappen Der Kerl ey Ich meine damit nicht Donkey Kong Sondern diesen Parakupa Der kann gar nichts Ich schwöre es euch Seht euch Oh Gott ey ist der blöd Mach doch gescheit Bitte Parakupa Ich glaube die machen das Extra so behindert Die spielen extra behindert Damit wir das nicht schaffen Boah bist du blöd Soll ich mal so Oh ist der blöd ey Ne hast du verkackt eigentlich Wobei es könnte noch Ein guter Versuch werden Was ich aber nicht denke Ich denke es ist null einfach Weil der Typ ist einfach nur durch Der Typ weiß nicht wie man hier mit Mit den gescheiten Schüssen umgeht Also wie man gescheit Tennis spielt Der hat jedliche Verhandlungsbasis verloren Da kann noch gar nichts Oh da kann ja was Okay Trotzdem schlecht gespielt 19 ist aber ganz okay denke ich mal So jetzt kommt start over Das ist so fucking schwierig Vorher das ist nicht einmal einfach Da muss er schon verdammt viel erreichen Und du bist ein Hurensohn Alter Hör doch auf zu scheiße zu spielen Ey Dummer Hurensohn Alter Komm jetzt mach gescheit Bitte man Ich brauch diese Scheiße Leck mich man Du Hoden Sack du Bam Schön Schön Oh geil Weiter sechs Ringe haben wir schon durchquert Das ist ziemlich geil So Das ist sehr Eine sehr Herausforderung Eine richtige Herausforderung Muss man einfach so sagen Vor allem gegen so einen Lappen Da musst du unbedingt So lang wie möglich im Spiel bleiben Ist euch klar Gut 20 Schon 20 Ringe Und der Typ gibt immer noch nicht auf Das ist cool Das machst du jetzt super Geht's noch weiter Oh Das war ja fast Fast Alter Oh drei Ringe auf einmal Geil 27 Ringe 28 schon Och geiler Typ Der hat's in sich ey Abonniert den Paracupa Nicht mehr Okay Wie viel 38 hab ich erst Okay 38 ist voll okay Oh Der spielt jetzt tricky hier Das war blöd von mir Ey Das zählt gar nicht Okay Das ist cool Ne das ist nicht cool Mein ich Das ist nicht cool Das zählt nicht Also diese Ringe zählen nicht Wir müssen auch noch einen Punkt ergattern Damit die Ringe zählen Dann ist es schon schlau gemacht Von den Entwicklern Da kann man extra verlieren Nämlich Du bist blöd Bitte noch 21 Mann 21 glaube ich Brauche ich noch Ja 49 hab ich ne Ja es müsste passen 21 brauchen wir noch So Bruder Ich vertraue dir Bitte enttäusch mich nicht Das ist ne verdammte Boah bist du blöd Das war nur verdammte Vier Stück Ich hasse dich Paracupa Ich hasse deine Mutter Ich hasse deine Mutter Weil sie dafür schuld ist Dass du geboren bist Boah ist der blöd So komm Bruder Ich vertraue dir jetzt Komm jetzt Das ist die schwierigste Herausforderung Die ist echt schwer Ich will gar nicht wissen Mit wem ich als nächstes machen muss Mit Bosa oder was Bosa wäre der noch Abfucker Abfucker Voll das deutsche Wort Boah ist der blöd Um den Ball hoch genug zu machen Ist der blöd Okay Das du kannst Ist der mit dem Gescheit zu spielen Aber der kann es nicht So komm Stabil Okay Der Typ kann nicht einfach Der Typ kann nicht Mit dem Ball spielen Jetzt bauen wir noch 41 Stück Das krieg ich nicht hin Wenn der Typ so scheiße spielt Wie immer Kriegt das nicht hin Ich hoffe der kapiert das Und kann es letztendlich Hoffe ich jetzt mal Perfekt Bis jetzt ist es gut Bis jetzt kann ich nicht Darüber meckern 20 Stück Jetzt Wir haben ungefähr die Hälfte Ich vertraue dir Vertraue dir du Rudi Du dummer Hurensohn Alter Ich krieg das nie Wegen dem Bastard hin Der Typ Der beschummelt Der manipuliert Ich glaube der manipuliert echt Dass er gewinnt Das war scheiße Kannst du nochmal neu starten Das war ein richtig scheiß Versuch Ganz Arsch Ganz Arsch Ganz Arsch Starten Wenn immer wenn wir einen schlechten Start machen Dann kannst du gleich Von vorn Anfangen Oh Gott 4 ist einfach nur scheiße schlecht Aber das kriegt man eigentlich hin noch Das kriegt man immer gebacken Eigentlich Naja zum Glück war es nur ein 5er Das ist wenigstens zu schlimm So Okay Die Musik ist richtig geil 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 Bam Wir haben bis jetzt 20 Stück Oh Aufpassen hier Da musst du durch aufpassen Oh stabil hat der Typ gemacht 3,2 Stück Und davon Alle getroffen Boah bist du Naja Das geht voll klar Wenn du bei so einem Versuch Verkackst Dann ist es Noch wenigstens gut Dann ist es wenigstens noch stabil Aber nicht bei so einem scheiß Versuch Wieso Wieso leckst du jetzt? Meine Frage Wo ist die Antwort? Düsseldorf Üstböck Ich bleibe Ibrahim Tatlses Ich gebe dir eine Schelle Weil du Lappen nicht mal blasen kannst Ich verstehe das nicht Wieso ich das jetzt auf einmal leckt Was ist jetzt los? Was ist mit dem los? Du scheiß Spiel Leck doch nicht Alter Was soll denn der Mist? Lecken ist nicht cool Das ist doch nicht cool Mann Jetzt hör auf zu lecken Mein Gott Ey Deckspiel Ja ist klar Jetzt leckst du wieder Warum auch immer Komm Kannst du neu starten Dreck Spiel Leck nicht Okay Hast du mich verstanden Du Pisser Gott ist der Scheiße Der Typ Bitte hör auf So scheiße zu sein Ich muss durch diese Ringe Durch diese Ringe Durch und durch Ich bin Gangbanger Wie Benzema Okay Stabil 16 17 Ringe Die 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 Das ist Spaced Eigentlich nicht mal so lang Wenn man es so sieht 18 Parts Denke ich mal Mal schauen was daraus wird Das sind 18 Parts Und der hat es nicht mal geschafft Aber 20 haben wir Das sind noch 45 Oh Gott Wobei wenn wir ja jeden jetzt 20 schaffen ungefähr Dann kriegt man es eigentlich hin Aber ich denke nicht dass er das hinkriegt Warte der muss schon mindestens 22 Machen Und dann noch einmal 23 Ich hoffe wir kriegen es einfach hin Vielleicht kriegt man jetzt sogar 40 hin Ich glaube aber weniger Mehr weniger So stabil Und Marty Das ist sehr guter versuch auf jeden fall So 16 17 18 19 19 Das sind 26 die ich noch machen muss Bitte Bruder Ich Ich vertraue dir Nicht Du Hurensohn Alter Du fetter Hurensohn Spuck auf deinen Nacken Dreckspisser Jetzt lass von Anfang an gescheit spielen Ich hoffe der spielt jetzt wenigstens A gescheit Boah ist der blöd Typ der kann nicht spielen Der Paracrupa kann nicht spielen Ich hasse diesen Wechser Geh spiel doch gescheit Du Pisser Mann Typ kann nicht spielen Ich weiß nicht warum Wieso spielst du nicht gescheit Wie du immer spielst Es geht um Verdammte 2 Euro Es geht verdammt um 2 Euro Ach Gott ey Zurück ist das bei ihm Anfang passiert Also nicht so Beim 20er Zone Okay perfekt Es steht 15 zu 0 für den Aber das ist doch gut Du machst dich jetzt wenigstens nicht lächerlich So wie jetzt Aber 11 war nicht mal so schlecht Das ist nicht schlecht Es geht voll klar Es geht voll klar eigentlich Da ist halt nicht zu oft vorkommen So Schöne 10 Schöne 11 Oh ich liebe dich Bitte mach gescheites Spiel So 20 fast Oh der ist typisch stabil So 20 haben wir jetzt 21 21 22 23 23 23 Das ist ja mal richtig gut Das war faul ey So schön durch einen Ring Wir haben 4 Was Ich bin so blöd Okay Okay Durch einen Ring Oh bitte spiel gescheit Bitte Bruder Ach gut 7 Stück 8 Stück 9 Stück Brudis Das ist eine gute Zahl Und bitte nicht auf Abfacken man Spiel stabil Okay 15 18 18 18 18 Verdammte 20 schon fast Spiel gescheit Bruder Oh jetzt spielt er gescheit Der Typ hat's drauf Ich liebe dich I love you bitch Ach das spielt jetzt mal ernst ey Das ist ein cooler Typ So komm 25 28 Alter Der Typ hat's in sich ey 30 32 34 35 Alter Wir haben's gut Jetzt haben wir's saugut Wir haben's glaube ich schon geschafft ne Perfekt Wir haben's geschafft Complete geht doch Perfekt Oh Gott ey Sind das Ja mit Wario Mit dem Fettsack natürlich Dieser fette Bastard Alter Dieser fette Bastard Der hat natürlich auch noch gefehlt Naja Schaffen wir's mit dem bestimmt Ich weiß es nicht So Die Aufgaben sind auf jeden Fall Schon schwierig So Schön 10 11 12 Verdammte 12 Fuck you bitch I fuck you bitch Auch geil Oh Der Typ kann sich bewegen Ich wusste es nicht Stabil Verdammte gute Spiel Es geht noch weiter Ich drück ganzheit B Einfach nur aus dem Grund Da man damit am besten Und Leichtestens Schießen kann Und natürlich dass er Nicht so schnell Stirbt dabei Dadurch wird ein langes Spiel Versichert Und das Wir brauchen natürlich ein langes Spiel Das ist ein Grund Weil wir sehr viele Ringe Sammeln müssen Also durchschießen Müssten eher Und 20 ist schon wieder der Hit Oder ich liebe dich ey Es geht noch weiter Es geht noch weiter Es geht noch weiter Also es ist ja noch Da Ich will gar nicht wissen Was die letzte Übung ist Es ist bestimmt so Abgefuckt Schwer Es sind ja Fucking 34 Das ist eine gute Zahl Ist immer noch Geht noch immer noch weiter I love you bitch 43 und es geht immer noch weiter So bam 45 und es geht noch weiter man Ist ja richtig geil Das ist der Himmel oder Ich will jetzt nicht verkacken Ich will jetzt auf jeden Fall nicht verkacken Weißt du wie scheiße das wäre Wenn wir jetzt verkacken würden Darum habe ich auch einen Herzenpfack Och geil 52 Wie viel haben wir jetzt 75 Wir brauchen noch 15 Stück Wenn wir 15 haben Dann haben wir gewonnen Dann gewinne ich sicher Komm Bruder 7 8 9 10 11 4 Stück brauchen wir noch Ich vertraue dir Dass du 4 schaffst Okay wir haben es geschafft Geil So Geschafft 93 Kompli 2 Stell dir vor ich habe mich jetzt Er hätte mich jetzt verrechnet Alter Sehr richtig peinlich gewesen Und der letzte ist 100 Alles klar Mit Okay so Oh Das musste lupfen Okay Das musste auch noch lupfen manchmal Deswegen ist es denke ich mal so schwer Da muss ich auch lupfen Deswegen Deswegen So da wird es erstmal nichts mehr mit diesen B Dingern Und Boah lupfen ist mal schön Er darf auch nicht schmettern So schön durch die Dinger Auch schön Schön durch diese Dinger hier Ba Okay perfekt bis jetzt Es läuft perfekt Es läuft perfekt Es kann nicht besser sein So Oh stabil Boah bin ich blöd Aber 19 Aber 19 ist nicht mal so ein schlechter Anfang Finde ich jetzt Und er hat sogar durchquert Dieses Dieses Ring Diesen Ring hat er überquert Diesen Oberring Und sogar beide Stabil Bruder Oh ne Jetzt hat es gelegt Jetzt laggt es Übertrieben man Gut So erstmal schön lupfen Durch beide durch Wieder durch Beide durch Oh Wieder durch beide Über alle durch So wieder über alle durch Hey ich hab dich doch berührt So jetzt hab ich einen berührt So schön 18 Stück haben wir jetzt Nochmal 19 Moinsen So Erstmal schön lupfen So bam Das ist eine stabile Nummer bis jetzt Okay perfekt Oh bin ich blöd Hätte ich nicht machen müssen Aber naja So erstmal schön lupfen Nein bitte nicht lecken Bitte nicht lecken Nicht genau Nicht bei sowas Bei sowas hasse ich jetzt Dass es leckt Okay Das spielt saugut ey Du kannst gut spielen man Oh Das war richtig knapp ey Bam Aber nicht durch diesen Ring So komm jetzt Schieß mal nach rechts ey Perfekt Oh 44 ey Das ist gut Das ist richtig gut Das ist richtig gut ey Ich weiß nicht ob ich jetzt hier die 50er Doch die 50er mal haben wir geschafft Ich weiß aber nicht ob wir die 100er mal geschaffen Ich denke eher nicht Dass wir die jetzt gleich die 100er mal schaffen Vor allem nicht bei Waluigi Das ist schon ein bisschen schwer Er ist ja trickreich glaube ich ne So Oh Aber wir haben schon die 60er Marke Das ist eine ziemlich gute Sache So bam Okay Durch diesen Ring Cool Okay jetzt durch diese Ringe Bam Stabil 70 Verdammte 70 haben wir man Stabil Junge Jetzt schießt es richtig Nicht daneben Bitte nicht Wisst ihr wie ich mich dann hassen würde Wenn ich mich jetzt daneben schießen würde Oh gut Wir haben es geschafft oder Wie viel haben wir 97 Jetzt fehlen nur noch 3 So bam Schön Bam Alter 3 Stück Genau 100 Completed Ha 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 Oh Gibt es noch was Wing Challenge Was ist das jetzt Was ist das jetzt man Ich verstehe es nicht Ich glaube man Wir müssen mehr als er schaffen Ne Ich weiß jetzt nicht wie viel ich erreichen soll Keine Ahnung Muss denke ich mal gewinnen oder so So ich denke mal wir gewinnen So wenn wir gewinnen Wenn ich einfach gewinne Das ist egal Glaube ich Einfach eine Wing Challenge oder Wer haben wir überhaupt gespielt Donkey Kong ne Okay Wing Shot Game Haben alles geschafft Korrekt So Time Das ist Das ist was anderes Das muss ich in dieser Time schaffen Balls Auch sowas Äh Points Das ist was anderes Da muss ich einfach nur Äh Alles klar Auf jeden Fall geht es im nächsten Part weiter Ich weiß nicht ob wir jetzt noch das Time machen können Wir schauen mal Ich cutte mal kurz Bis gleich Also nee sorry Wir machen es nicht in diesem Part noch Der Part ist ja schon genug lang Das heißt im nächsten Part geht es dann weiter mit Time Und dann im nächsten Part mit Balls Und dann mit Points Ich denke ich mal so ist es viel besser Auf jeden Fall Haut rein Leute Bis zum nächsten Part Ciao Ciao Vielen Dank.